Axpo ist für mich ein international tätiges Unternehmen, gleichzeitig aber auch prägend durch die Energielandschaft in der Schweiz und darum ist es für mich ein mega spannendes Arbeitsumfeld. Energie ist für mich der Grundstein der heutigen Gesellschaft, gleichzeitig aber auch eine extreme Herausforderung für die Zukunft. Axpo hat mich überzeugt, weil es ist ein Industrieunternehmen in der Schweiz mit einem perfekten Trainee-Programm im Finanzbereich. Zusätzlich hat mich während dem Bewerbungsprozess, der Unternehmenskultur auch begeistert. Was mir am Arbeitsplatz wichtig ist, ist der offene Umgang mit den Arbeitskollegen und ganz viel Süßigkeiten. Und falls ich nicht verzichten beim Arbeiten kann, sind die Kaffeepause mit den Arbeitskollegen. Das Highlight bis jetzt im Trainee-Programm sind die verschiedenen Exkursionen zu den Anlagen der Axpo. Das Trainee-Programm bei Axpo sehe ich vor allem als Chance, das Energienetz der Zukunft mitzugestalten.